Aber was du bei Schalke natürlich, finde ich, gesehen hast, gerade als Thomas Reis dann entlassen wurde und dann der Co-Trainer im erstbesten Interview sagte, ja, der Thomas hat seine Ideen oder der Trainer hat seine Ideen und ich habe meine Ideen. Das ist dann schon, finde ich, nicht nur grenzwertig, sondern schon drüber, dass der Co-Trainer andere Ideen hat als der Cheftrainer, und es dann zu einem Bruch kam, aber war der dann auch schon vorher der Bruch. Und da ist so eine Strömung innerhalb des Vereins, so ein Vereinsmitarbeiter, das nicht zu sehen. Das ist dann, finde ich, sehr kritisch. Das ist ganz interessant, was du ansprichst. Wir haben das mal skizziert und zwar haben wir ein bisschen Tagebuch gespielt und uns mal die letzten Monate von Schalke 04 angeschaut, euch eine kleine Timeline aufgezeichnet, wo wir uns das Ganze nochmal angucken können, wie es denn eben abgelaufen ist. Die sollte jetzt hier gleich jeden Moment reinkommen. Aber, ah, da haben wir sie. Also, wir starten im Juni. Diesen Monat findet Schalke keinen Trikotsponsor, startet dann in die Bundesliga rein mit einem 3 zu 5. Beim Hamburger Sportverein haben wir gerade drüber gesprochen. Dann gibt es mit Braunschweig und Kiel relativ schnell die nächsten Niederlagen. Dann wird Fährmann mal wieder aus dem Kader gestrichen. Das passiert auch ab und zu bei uns. Ja, dann gibt es die öffentliche Kritik. Du hast es angesprochen, der Kotrin hat es nachher gemacht, Baumgartl hat es vorher gemacht. Und da können wir gleich auch noch tatsächlich nochmal reinhören. Die Reichsentlastung gibt es am 27. September und jetzt ganz aktuell am 9. Oktober, ah, am 10., am 9. Oktober die Vorstellung vom Neutrainer Karel Gerrerts, der ab jetzt übernehmen soll. Also, es ist turbulent, es ist ein Zeitstrahl. Normalerweise kriegst du da irgendwie zwei Jahre unter, bei Schalke sind es drei Monate tatsächlich, oder vier sind es jetzt ungefähr. Wir hören ganz kurz nochmal rein in die Kritik von Timo Baumgartl, die er am Ex-Trainer Thomas Reis verübt hat. Malon, jetzt bist du ja selber Reporter und sprichst viel mit Spielern und Verantwortlichen. Hast du das schon mal erlebt, dass ein Spieler so offensichtlich einen Trainer kritisiert hat? Nicht in dem Ausmaß, ehrlich gesagt. Also, dazu muss ich erstmal sagen... Was hast du gesagt? Keine Namen genannt. Achso, ich dachte erst, du sagst, ich könnte dir Namen nennen. Hast du dich interessant gefunden? Nee, tatsächlich, so noch nicht. Also, es war ja wie ein Hilfeschrei irgendwo, ne, vom Spieler, der einfach komplett offenlegt, was ihm nicht passt. Aber, bevor wir das einordnen, finde ich wichtig zu sagen, man wünscht sich seit so langer Zeit mal wieder Typen im Fußball, die einfach mal sagen, was sie denken, die ins Interview gehen, einfach mal den Mund aufmachen und einfach mal sagen, pass auf, so schaut's aus, das war heute scheiße, das war schlecht, das hat nicht gepasst. Warum soll er sich jetzt da hinstellen wie jeder andere und sagen, ja, wir haben verloren und morgen trainieren wollen, dann wird's schon irgendwann besser und wir geben alles und die Fans waren heute toll, lieben Gruß, schönen Abend noch. Das finde ich langweilig. Und das ist doch das, was wir wollen, was man auch mal erwartet. Klar, kann man in Frage stellen, ob es vielleicht gut ist, dem Verein gegenüber, dem eigenen Verein gegenüber, da so offen zu reden und dem Trainer gegenüber. Aber ich hab lieber sowas, ehrlich gesagt, als diese Floskeln, die wir alle satt haben. Zumal es ja auch offensichtlich ist. Also er hat einfach offensichtliche Probleme angesprochen und er hat irgendwie sein Herz ausgeschüttet als Spieler. Und ich denke mir, wenn Thomas Reis überzeugt ist von seiner Spielidee, dann kann er sich doch auch hinsetzen und sich vielleicht öffentlich verteidigen, genau wie Baumgartel es gemacht hat. Aber ihn dann zu suspendieren, damit schwächt man sich zum Ersten, was in mir nicht ganz so ganz clever ist, und zum Zweiten lässt es Schalk halt irgendwie doof aussehen als die einzige Reaktion auf dieses Interview. Ja, und vor allem, wenn du dann den Trainer fünf Tage später wirklich noch rausschmeißt. Ja, genau. Also dann hast du ihn erst bestraft und eigentlich recht gegeben. Richtig. Ja. Schroderan, bei Schalke läuft es nicht gut, als du da warst. War es auch. Nicht einfach. Hol uns mal ein bisschen rein. Wie fühlt man sich als Spieler, wenn man merkt, okay, jetzt gerade kippt die Stimmung auf Schalke? Ich bin ja auf Schalke angekommen im Februar. Da hatte Schalke in der Hinrunde kein Spiel gewonnen und wir hatten, glaube ich, sieben Punkte. Also ich wusste mehr oder weniger so, auf was für eine Situation ich mich einlasse. Natürlich, die Kabine hatte ich bis dato nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass sie... Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sie nicht so gut drauf ist, aber solange du nicht da drin bist, siehst du ja die Probleme nicht. Ich hatte mir Spiele angeschaut und war eigentlich davon überzeugt, dass man eine Mannschaft hat, wo man sich noch retten kann. Weil auch die Vereine, die über uns standen, Mainz und so, die waren alle noch in der Nähe. Und deswegen hatte ich mich damals dann darauf eingelassen. Aber als ich dann halt dann auf Schalke war, ich glaube, ein ganz großes Ding auf Schalke war halt einfach... Der Wechsel war ja damals zur Corona-Zeit. Wir hatten kein Publikum. Ich glaube, das macht auf Schalke einfach extrem viel aus, gerade in den Heimspielen. Aber es hat halt einfach... Man hat das Gefühl gehabt, dass man ganz viele Trainer auf dem Platz hatte und auch neben dem Platz. Irgendwie wusste es jeder besser und jeder hat so seine eigene Meinung gehabt. Verantwortliche meinst du oder Fans auch? Bitte? Meinst du Verantwortliche oder Fans damit? Nee, nee, Verantwortliche. Gut, was die Fans sind, Fans sind halt die Fans. Die hat ja jeder seine Idee und jeder seine Meinung. Und das ist ja etwas auch ganz, ganz Normales und soll ja auch so sein. Aber ich finde, im Verein sollte man... Ich bin auch dafür, dass man Typen hat. Aber ich finde, man sollte nur ein paar haben. Es soll nicht irgendwie alles Typen sein und jeder seine Meinung sagen können und jeder etwas kritisieren sollen. Also ich finde, deswegen hat man ja irgendwie ein Kapitän oder ein Mannschaftsrat mit vier, fünf Spielern. Und dann muss man halt gucken, dass das alles irgendwie zusammenhält. Dass man da nicht irgendwie dann am Ende gegeneinander spielt, sondern dass halt einfach der eine dem anderen hilft und sich nicht versteckt. Und ich hatte das Gefühl, halt einfach auf Schalke auch gerade, weil solche Situationen halt passieren, man wird dann plötzlich irgendwie... Ja, plötzlich nicht. Aber man wurde dann relativ schnell suspendiert und dann mit Ralle ja auch immer. Dann schreckt man die Spieler auch irgendwo ab, dass sie auch gar nicht so diese Verantwortung übernehmen wollen. Weil man gesagt hat, ich muss jetzt einfach gucken, dass ich meinen Job irgendwie mache, weil sobald irgendwie was ist, auf Schalke ist dann ja auch ein großes Thema, dass vieles, was intern besprochen wird, viel nach draußen irgendwie ausgetragen wird. Relativ schnell und relativ deutlich, ohne große Veränderungen, so eins zu eins irgendwie übertragen wird von Kabine in die Medien. Und ich finde, das sind so ein paar Sachen auf Schalke, die ich finde jetzt unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert, halt auch in der Umgebung und Kabine und drumherum, finde ich, sollte man jetzt mal irgendwie gucken, dass man den Haufen zusammennimmt und sagt so, wir müssen jetzt halt zusammen aus dieser Situation rauskommen und nicht irgendwie der Trainer schuld oder der Sportdirektor schuld oder die Mannschaft ist schuld. Da ist halt einfach kein Wir-Gefühl. Das, was bei Schalke vorher fand ich von außen immer das Gefühl hatte, das ist so eine Family, so eine richtige Truppe, die da einer für den anderen irgendwie durchs Feuer gehen würde, das hast du im Moment nicht. Nehmt ihr zu? Seht ihr das auch nicht bei Schalke? Ja, es ist ein großes Problem. Also ich glaube, es ist natürlich auch immer eine gewisse Wunschvorstellung da gewesen, jahrelang schon, was man erreichen möchte und die Diskrepanz zwischen dem, was man erreichen möchte und was man eigentlich erreichen kann, vielleicht auch von der Qualität her, wurde immer größer, ist immer weiter auseinandergeklafft. Dann kam der Abstieg, dann bist du wieder aufgestiegen direkt, was auch super schwer ist, wie wir am HSV sehen. Da habe ich eigentlich gedacht, jetzt ist so ein Selbstreinigungsprozess mal vonstatten gegangen, jetzt haben sie es geschafft. Aber was dann wieder daraus geworden ist und wie sich das Ganze entwickelt hat, finde ich erschreckend. Spiegelt sich dann jetzt auch letztlich in der aktuellen Tabellensituation dar und die Mannschaft ist nicht so schlecht wie der Tabellenplatz, das finde ich nicht, aber sie ist auch nicht gut genug, finde ich, um den Aufstieg mitzuspielen. Das fehlt einfach, da fehlt zu viel und wie du es gerade gesagt hast, mir fehlt da einfach auch dieses Family-Dasein. Also Schalke war immer, wenn du das Gefühl hattest, du hast dein Spiel geschaut, Fans, Mannschaft, das war alles so eine Einheit und ich finde gerade, die Fans geben immer noch alles, die sind unglaublich. Was die geben in jedem Heimspiel, egal gegen wen, finde ich Wahnsinn auf Schalke. Das ist wirklich Ruhrgebiet at its best, aber auf dem Platz, da finden leider immer schlimmere Dinge statt, muss man ehrlich sagen und das sieht einfach nicht gut aus. Also von daher, ich sehe da die Gefahr, dass da vielleicht das Ganze noch eine Liga weiter runtergehen kann und das wäre für den Verein fatal. Was mich interessieren würde, weil ihr jetzt beide natürlich auch in der Medienlandschaft gut vernetzt seid, jetzt ist Schalke nicht so dein Verein, klar, du bist eher bei den anderen unterwegs, aber Skotan hat das gerade angesprochen, in deiner Zeit, als du da warst, vor drei Jahren, hattest du schon das Gefühl, dass immer viel von dem, was intern besprochen wird, nach außen gelangt. An dem Tag, wo Thomas Reis entlassen worden ist auf Schalke, gab es einen genauen Ablauf, ich glaube in der Bild-Zeitung kann auch Kicker gewesen sein, ich weiß nicht. Da musst du Toni Lietow fragen, damit habe ich nichts am Hut. Wird irgendeine Zeitung auf jeden Fall gewesen sein, wo du den genauen Ablauf hast, wann wurde wer benachrichtigt, wann wurde das offiziell gemacht, wer kriegt hier eine WhatsApp-Nachricht und dann sprichst du mit Leuten und das stimmt auf die Sekunde genau. Wie kann das sein? Es gibt ja immer einen Leck. Also so kommen ja Nachrichten heute im Fußball raus. Also woher weiß ein Journalist, welcher Spieler von A nach B geht? Weil es einer erzählt. Entweder erzählst du einen Berater, der Spieler erzählt es dir selber, es erzählt einer aus dem Verein. Aber du weißt es ja selber, es muss ja im Fußball eigentlich immer eine Intention hinterstecken. Oder nicht? Eine Intention. Ja, dir erzählt ja keiner irgendwas, wenn er selber nichts davon hat. Ja, genau. Aber es gibt ja Leute, die da arbeiten und sich selber so sehr darüber aufregen, was im Verein passiert, dass sie mit ihrer Wut dann auch durchaus mal den einen oder anderen ansprechen und sowas vielleicht noch außen tragen. Also auch das. Hast du das auf Schalke erlebt? Du hast es ja selber angesprochen gerade, dass du das Gefühl hast, dass Sachen zu schnell nach außen geraten. Ja, also bei Schalke war, also es ist überall so, dass gewisse Dinge halt einfach auch, es ist unmöglich, egal bei welchem Verein, unmöglich irgendwie, dass nichts rauskommt irgendwie. Aber ich finde halt einfach, es gibt Vereine, wo es dann halt einfach extrem ist, wo du halt Angst hast, wirklich irgendwas zu sagen, weil du weißt, wenn ich jetzt mal ein Typ bin und da jetzt mal aufstehe und auf den Tisch haue, morgen steht das in der Bild-Zeitung. Und da sollte das vielleicht nicht hin. Und ich finde, bei Schalke war das so der Fall. Ich weiß nicht, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo das herkam, ob das Spieler waren oder ob das Betreuer waren. Oder wie gesagt, das Problem ist halt auch, als Spieler kann ja sein, dass ich irgendwie einen besten Freund habe seit 20 Jahren, aber ich weiß nicht, dass mein bester Freund irgendwie einen von da auch kennt und mit ihm auch darüber spricht und der kennt noch mal einen anderen und irgendwie kommt das raus. Aber es war halt einfach komisch, dass bei Schalke einfach wirklich Sachen eins zu eins rausgetragen wurden. Das hatte ich übrigens nur nicht nur bei Schalke. Zu meiner Zeit bei Valencia war das ähnlich. Wir hatten eine kleine Diskussion, Otamendi damals, war mein Innenverteidigerpartner, als er, bevor er zu Manchester City gewechselt ist, hatten wir auch das ein oder andere, die ein oder andere Diskussion in der Kabine und dann wurden Sachen eins zu eins an die Zeitung mit den exakten Wörtern, die benutzt wurden in der Kabine, eins zu eins, standen ja am nächsten Tag in der Zeitung. Also das findet immer... Aber am nächsten Tag, wenn du in die Kabine kommst, hast du doch kein Wort mehr mit irgendjemandem zu reden. Nee, das macht halt einfach das, wie gesagt, das Problem ist eben in einer Situation, wo du halt einfach Zusammenhalt brauchst, hast du aber dann in deiner Kabine so ein bisschen, wo du sagst, ich muss jetzt hier aufpassen, was ich hier sage und weil du weißt ja nicht, woher das kommt und dann sitzt du da in der Kabine und sagst, dann überlegst du dir zweimal, ob du eben etwas sagst oder etwas nicht sagst und ich finde, in einer Situation, in der Schalke ist und war, muss man halt einfach gerade in der Kabine wenigstens mal auf den Tisch hauen können und ob das dann der Kapitän ist, der Torwart, der, der am längsten im Verein ist oder der, der die meisten Spiele gemacht hat, ist ja völlig egal, aber wenn sich dann keiner traut, weil du Angst hast, dass das irgendwie... Und dann kommt es ja darauf an, wie das dann auch dort ankommt, dann wirst du am nächsten Tag plötzlich suspendiert, obwohl du eigentlich nur etwas Gutes wolltest und irgendwie die Mannschaft erreichen wolltest. Also es ist halt wirklich, finde ich, so eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, weil die kann auch vieles kaputt machen, finde ich, in der Mannschaft, wenn, wie gesagt, man weiß halt nicht, woher es kommt, Spieler, Betreuer, Berater, Trainer, Aufsichtsrat, keine Ahnung, aber irgendwoher kommt es und das schadet im Endeffekt der Mannschaft und dem Klub. Also würdet ihr prinzipiell gerade auch sagen, dass eher die Probleme rund um den Verein größer sind als das, was auf dem Platz stattfindet bei Schalke? Ich glaube, das spiegelt das wieder. Ich glaube, in einem Verein ist oftmals so, ein Verein, der strukturiert, der organisiert ist, spiegelt das das auf dem Platz wieder, weil du gibst der Mannschaft das Gefühl, dass alles kontrolliert ist, es ist alles in Ordnung, du musst einfach nur deinen Fußball spielen und ihr müsst als Mannschaft funktionieren und ihr fokussiert euch auf das, was auf dem Platz passiert. Aber wenn du immer wieder Unruhe hast, dann hast du die Unruhe, die trägst du ja in die Kabine, dann weiß der Spieler selber auch nicht, boah, wird der Trainer jetzt gefeuert, kommt ein Neujahr, muss ich mir jetzt Sorgen machen um meinen Platz oder nicht oder was wird jetzt passieren und diese Unruhe trägst du einfach in die Kabine und ich finde, das ist für einen Verein wie Schalke, die in der Situation sind, wo sie sind, einfach tödlich. Und ihr redet ja unter Spielern auch untereinander, oder? Ich meine, das ist ja selbstverständlich, du hast gerade gesagt, dass zu deiner Dortmunder Zeit Thomas Tuchel auch immer sehr lautstark in den Medien war, man kriegt ja die Interviews auch mit, oder? Ja, natürlich, also ich finde, dass bei Schalke schon seit Jahren ist es ja so, immer wenn man, oder wenn ich auf Schalke schaue, dann warte ich einfach bis die nächste Bombeplatz quasi, es ist ja jede Woche oder jeder Monat passiert irgendwas in dem Verein, dann sei es dann der, dann fliegt der raus, dann kommt der, dann fliegt der Spiele raus, ist die Situation gerade auf dem Platz scheiße, dann platzt die nächste Bombe, und das macht glaube ich so einen großen Verein wie Schalke hat, so viel Tradition, der Verein hat mit den Fans, das macht so ein, das kann ja kein Verein dann aushalten über vier, fünf Jahre, wenn es jedes Mal Skandal über Skandal gibt, es muss ja mal irgendwann mal positive Seiten über den Verein geschrieben werden, aber seit Jahren lese ich halt nur negative Schlagzeilen und wie viele Trainer die dann schon auch verbrannt haben dann in den letzten Jahren, das ist ja auch nochmal schlimm finde ich bei so einem großen Verein, das ist einfach schade glaube ich, obwohl ich in Dortmund lange gespielt habe, ist es trotzdem schade so ein Verein in der zweiten Liga fast auf dem Abstiegsplatz zu sehen. Du sprichst den neuen, oder du sprichst die Trainer an, dann lass uns auf den neuen Trainer mal schauen, Karel Gerrertz, sehr interessanter Mann bei Union Saint-Giroir gewesen, unter anderem Victor Boniface trainiert, wir haben gerade schon drüber gesprochen, du hast gesagt, du hast dir die Spiele von Union Saint-Giroir angeguckt in der Europa League, kannst du uns eine kleine Einschätzung geben, Marlon? Mutiger Fußball, finde ich, also mit einer Mannschaft mit vielen No-Name-Spielern, die man eigentlich so nicht irgendwie europäisch vor allen Dingen auf dem Zettel hatte, bis ins Europa League Viertelfinale gegangen, da musst du schon mutigen Fußball spielen, da musst du vor allen Dingen auch in der Offensive, finde ich gut, mit Boniface hatten sie auch da schon einen Spieler, der alles kurz und klein geschossen hat, gerade in Belgien auch wirklich unglaublich stark war, aber sie haben auch defensiv sehr kompakt gespielt, also mir hat so dieses Gesamtbild sehr gut gefallen von einer Mannschaft, die auch in Leverkusen mutig gespielt hat, sich da nie aufgegeben hat, also es wirkte schon so, als wenn dieser Trainer und das habe ich mir dann noch im Nachhinein sagen lassen, aus dieser Mannschaft das Nonplusultra rausgeholt hat, naja, ist er glaube ich auch mit ihnen aufgestiegen und sofort Meister geworden, quasi des Kaiserslautern, Belgiens. Ne, Meister ist er glaube ich nicht geworden. Ich glaube, doch, ich glaube er ist einmal, meine ich wäre er Meister geworden, ich habe es jetzt nicht 100% auf dem Schirm, aber ich glaube schon. Ist er tatsächlich nicht, er ist Erster geworden, also ich weiß es nicht, ich habe es gerade aufs Ohr bekommen, so viel Ahnung habe ich nicht, Leute. Er ist Erster geworden, aber dann in der Playoff-Runde, da hat das nicht geschafft. Ah, okay, 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 aber trotzdem Riesenerfolg, finde ich, als Aufsteiger, also von daher kann ich dir die Hoffnung geben, vielleicht gelingt Schalke so etwas Ähnliches, aber nein, es ist glaube ich schon ein Typ, der auch klarer Ansprachen hält, der, habe ich mir sagen lassen, taktisch genau seine Marschroute fährt und Schalke braucht jetzt einfach Ordnung und jemand, der Ordnung bringt, kann ihm nur helfen und von daher glaube ich schon, dass das Ganze gut werden könnte. Wir haben uns mal eine potenzielle Startelf angeguckt von Karel Geratz, dem neuen Schalke-Trainer, der sehr gerne mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielt, mit zwei Schienenspielern, da natürlich ein großes Fragezeichen auf der rechten Seite, weil Schalke da tendenziell eigentlich keinen Spieler für hat. Könnte dann schwierig werden, ob es dann die Vierer- oder Dreierkette wird, aber wenn man sich den Kader so als solches anschaut, ist das doch eigentlich schon ausreichend Qualität für Liga 2, oder Jens? Sollte sogar für den vorderen Platz reichen, dass man um den Aufstieg spielen kann, auch gerade, was ja auch schon gesagt wurde, mit den Fans im Rücken, die dann auch nochmal einen Push geben können. Natürlich kann das auch ins Gegenteil umschwenken, das haben wir in Leverkusen oft genug erlebt, ich habe auch oft genug gesagt, wenn wir die Kölner Fans gehabt hätten, wären wir mindestens einmal Meister, aber auch einmal abgestiegen. Weil die hätten uns zum Meistertitel gemacht, aber die hätten garantiert auch einmal so Theater gemacht, dass wir abgestiegen werden. Und so eine Fanmacht, die Schalke dann auch hat, die kann dich pushen, aber in der jetzigen Situation, wenn es nicht läuft, und die werden auch unzufrieden, die fangen an zu pfeifen und sie bringen auch im Chat vielleicht negative Äußerungen. Das zieht dich alles noch mehr mit runter. Deswegen der Kader, absolut, absolut top. Besetzt, finde ich, das haben sie ja auch schon gezeigt, dass sie oben in der Bundesliga auch bestehen können. Der Kader hat sich zwar ein bisschen verändert, aber trotzdem, dieses Gedankengut ist ja da. Und Schalke lebt es eigentlich, das, was du ja auch gesagt hast, von dieser Familie, von diesem Zusammenhalt. Wenn das aber nicht funktioniert, dann kann der Kader noch so gut sein und dann klappt das nicht. Ähnlich wie in Hamburg ja auch. Wenn die Fans nicht dahinter stehen, dann wird es schwierig. Was ich da noch hinzufügen kann, ich habe mich neulich noch mit einem Spieler unterhalten, der letzte Saison noch auf Schalke gespielt hat, jetzt nicht mehr. und der hat gesagt, so ein Rückhalt trotz dieser schlechten Saison, in der du dann am Ende auch abgestiegen bist, so eine Nähe zu den Fans hat er so noch nirgendwo anders erlebt und hat wirklich in höchsten Tönen davon gesprochen, weil wir sagen ja gerade, das Familiäre ist nicht mehr so da, aber, wenn ich daran denke, was er so sagt, also ich glaube, diese Fans sind schon extrem leidensfähig, du wirst es bestätigen können. Ähm, ja. Und von daher glaube ich schon, dass die Unterstützung, bis sie dann mal so gar nicht mehr da ist, vielleicht muss da noch ein bisschen was Negatives für passieren, aber letzte Saison auch beim Abstieg war sie wohl schon stark. Aber interessant ist ja, Entschuldigung, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt einen Trainer holst, der mutigen Fußball spielen lässt und du brauchst aber laut Baumgartl vielleicht was anderes, ist es dann das Richtige, diesen mutigen Fußball, den der Trainer letzte Saison spielen hat lassen, jetzt einzuführen in dieser Situation oder ich kenne ihn überhaupt nicht, ich kann nichts dazu sagen, ob er auch sagen kann, oh, die Mannschaft braucht jetzt aber was anderes, nicht den Fußball, den ich eigentlich spielen möchte, den spiele ich nach der Winterpause, wenn ich dann eine Vorbereitung habe, aber jetzt möchte ich erst mal was ändern, jetzt möchte ich erst mal Kompaktheit, Stabilität, möchte ein Mann Überzahl hinten haben, immer, um diese Absicherung zu haben. Das ist ja eine Frage, ne? Er hat ja mal 20 Gegentore jetzt, glaube ich, also die Offensive ist ja, glaube ich, nicht das Problem und wenn man sich anguckt, wie Xabi Alonso es bei Leverkusen gemacht hat, ja, also das war ja, was Leverkusen letzte Saison spielerisch gemacht hat, das war ja selbst unter Xabi Alonso nicht viel, aber er hat sie halt schnell defensiv stabilisiert und das ist ja in der Regel, wie man hört, ja auch einfacher umzusetzen und das muss er natürlich als erstes in den Griff kriegen und da bin ich auch gespannt, wenn er ein Trainer ist, der für offensiven, mutigen Fußball steht, dann kann man da gespannt sein. Mich würde auch noch was anderes interessieren an euch beiden, weil viel wurde jetzt auch über diese Sprachbarriere gesprochen, er spricht nur Englisch, ist aber eigentlich ein Trainer, der sich als sehr menschlich präsentiert, also er legt viel Wert auf das Zwischenmenschliche. Was glaubt ihr, also glaubt ihr, das ist wichtig, dass man zwingend Deutsch spricht zu den Spielern oder kann das auch mit einem guten Englisch, das er ja offensichtlich hat, auch gut gehen, dass es halt auch zwischenmenschlich passt? Also ich habe ja in verschiedenen Ländern gespielt und ich war selber auch als Spieler so, dass wir in Italien, haben sie ja nur Italienisch gesprochen und ich habe es am Anfang nicht so wirklich verstanden und man musste gucken, wer dir irgendwie helfen, gar nicht hatte glücklich, weil sein Spieler, der in Deutschland, also der ist Italiener, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, konnte daher sehr gut Deutsch und hat mir da so ein bisschen geholfen. Ich finde für mich einen Trainer und das habe ich jetzt schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich euch damit langweile, aber für mich ist ein Trainer halt einfach extrem wichtig, weil er ist der ausschlaggebende Punkt, ob die Mannschaft das auf den Platz bringt, was sie dann da auf dem Grünen zusammenspielen. Ich hatte unter Mikel Arteta zum Beispiel einfach das Gefühl, der hat die Spiele schon vorher gesehen. Du bist auf den Platz gegangen und da war es egal, ob der mit dir auf Englisch geredet hat, auf Spanisch, auf Türkisch, ist es egal. Wenn du verstehst, was er dir sagen möchte und ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Schalke, die können doch wahrscheinlich auch alle Englisch und genügend um die drei, vier Wörter, die wir im Fußball immer wieder benutzen, sind ja immer dieselben. Also der muss da ja nicht eine Steuererklärung machen. Von daher glaube ich, wird man ihn verstehen, man wird wissen, was er sagen will. Für mich ist das Wichtigste, wird er die Mannschaft abholen oder nicht? Und ich glaube, von der Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ein Trainer dich abholt, dann wirst du mit 28, 29, 30 nochmal einen Sprung machen. Bevor wir gleich zu Torwand gehen, möchte ich euch noch abschließend eine Frage stellen oder die nochmal in den Raum werfen. Glaubt ihr denn, dass von dem, was ihr gehört oder auch gesehen habt, Karil Gerrits jetzt auch mal ein richtiger Impuls sein kann? Weil man hatte ja schon immer so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass Schalke dann auch, was Trainerlösungen angeht, nicht wirklich kreativer. Frank Kramer wurde ja auch sehr kritisch gesehen, aber aus Fanperspektive, was man jetzt hört, ist es ja mal wieder was, wo man so ein bisschen zumindest Fantasien haben kann. Naja, der hat in Belgien was aufgebaut, das ist nicht wieder der 15. deutschsprachige Trainer, der irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 80 Jahren mal irgendeinen Verein gerettet hat. Meint ihr, das kann vielleicht auch mal in die andere Richtung gehen? Weil Skodan spricht es an, also ich glaube, der letzte Schalke-Trainer, der seinen Vertrag erfüllt hat, war Hübsevens 2002. Ist ein bisschen her. Bin ich bei dir. Also ich glaube, was man ihnen jetzt nicht vorwerfen kann, ist, dass sie wieder irgendeine langweilige ABC-Lösung präsentieren, sondern es ist wirklich mal was Kreatives, es ist vor allen Dingen einfach mal was anderes. Und sie müssen mal was anderes probieren, weil alles, was sie bis jetzt probiert haben, hat ja nicht funktioniert. Von daher, ob er jetzt Deutsch spricht oder nicht, bin ich auch ein bisschen bei Skodan, ist dann auch irgendwo vielleicht erst mal egal und unwichtig. Wichtig ist jetzt auch, Defensive stabilisieren, weniger Gegentore und dann kannst du dich um das Spiel nach vorne kümmern. da sind ja überall Baustellen, ich glaube, Buschi war es letztens, der bei uns auch gesagt hat, er hat es mit dem FC und Schalke hat er so ein bisschen verglichen, hat gesagt, da sind überall Brandherde, da hast du den Brand gelöscht, dann ist da der nächste Brand, dann läufst du da weiter hin und da der nächste. Das heißt, du musst dich ja erstmal wirklich darum kümmern, dass du deine Hausaufgaben wieder machst. Die Grundtugenden fehlen mir da ja auch in letzter Zeit, ehrlich gesagt. Und da ist defensive Kompaktheit natürlich ganz groß. Also von daher, ich glaube, ja, es könnte mal was anderes sein, aber es ist Schalke. Und da wissen wir einfach nicht, man hat so oft irgendwie gedacht, der Trainer, ja, das könnte klappen, der nicht, dann der nächste, hat auch nicht geklappt, der nächste klappt, aber man kann es ehrlich gesagt nicht mehr vorhersagen. Machen wir das Thema zu mit dem Satz, es ist Schalke. Damit kann ich gut leben.